Norddeutscher Rundfunk 2021 Ich arbeite in erster Linie mit Metall. Denn Metall ist ein sehr energetisches Material. Es wird aus Hitze gewonnen. Es hat sehr viel Energie und Feuer, was man sehr anspricht. Mein Name ist Dietmar Ludewig. Ich bin Handwerker. Ich arbeite hier im Atelier kundenspezifische Aufträge. Alles, noch nicht die Standorte. Ich mache die selben Kunst. Und das alles im handwerklichen Sinn. Die Natur ist für mich sehr stark, Inspiration zu geben. Das ist etwas, das mir ans Herz geht. Und das ich auch versuche in meine Arbeit aufzunehmen. Wahrnehmung ist für mich das Entscheidende in meinem Leben. Und dadurch, dass ich sehr viel wahrnehme und die Haltung habe, sehr viel wahrzunehmen, bekomme ich sehr viel zurück. Bei der Kommunikation mit den Kunden und Architekten ist es mir sehr wichtig, dass sie verstehen, was gesagt wird. Die Wahrnehmung, die mit den Hörsinn angeht, ist beeinträchtigt. Das ist vererblich bedingt. Ich kann jedoch dank der Gehörgerät von Benafon wieder normal wahrnehmen, was gesprochen wird. Ich verstehe, was gesagt wird und besser noch, was gemeint ist.